Willkommen zurück zu Seven Days. Wir sind ja noch bei unserer schönen Tafewende dabei. So, das erste Räumchen hätten wir zumindest... Ich seh grad das Fenster, ist uns im Wetterisch. Egal. Genau, Besen kann man... Wir machen jetzt erstmal die anderen Hotelzimmer. Die machen wir ähnlich, aber allerdings ein bisschen andere Farbgebung. Jetzt nehmen wir erstmal... Warte mal. Einen anderen Teppich. Ich hätte schon gerne unterschiedliche Teppiche. Dann machen wir hier mal den roten im nächsten. In dem da. So. Mal gucken. Also diese Holzverteflung hätte ich schon gerne überall drin. Vielleicht mal gucken, ob es verschiedene Verteflungen gibt. Aber andere Tapeten. Ich meine, wir haben nur drei Tapeten. Sind alle drei hässlich. Ist mir bewusst. Das Thema brauchen wir auch nicht mehr diskutieren. Hier kommen trotzdem Tapeten rein. Wir stellen uns einfach vor, das sind frische, moderne Tapeten. Fototapeten, Vinyl-Tapeten. Warte, weiß ich, was es da alles gibt. Aber andere Formen nehmen wir jetzt halt erstmal. Sehr schön. Damit die Zimmer zumindest nicht alle gleich aussehen. So, dann gucken wir jetzt auch mal kurz nach der Vertiefelung. Äh, wo, wir hatten die da gemacht? Garagen, nein, Garagentour will ich nur nicht unbedingt dran haben. So Holzbarrikade jetzt auch nicht unbedingt. Ah, ich glaube, das wird auch nicht gut aussehen. Vertiefelung haben wir nicht wirklich was. Na, warte mal. Ich wollte nur überlegen, dass du außenrum... Ne, das sieht so schmordrig aus. Dann geht gar nicht. Ich finde, wir haben ja auch noch die. Nein. Das ist der Fußboden. Okay. Ne, an Vertiefelung haben wir eigentlich nur. Entweder, ich glaube, Holzkrone oder Holzfußboden. Aber ich glaube, die ist das. Oder die. Holztiefelung Eiche. Die haben wir aber schon auf Flur. Gut, dann bleiben wir bei der. Ja. Machen aber verschiedene Tapeten. Das wäre doch auch was. Zimmer sollen ja eine Ähnlichkeit haben. Eine gewisse Routine gibt es da in jedem Hotel. Ich glaube, Hotels sehen sogar jedes Zimmer. Bis auf vielleicht die Präsidentensuite gleich aus. Orbi. Man muss ja noch nicht ganz so bingelig sein. Hier, hier, so. Gut, 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 gut. Und hier machen wir dann halt eben die anderen Tapeten. Da drüben haben wir die rote. Dann machen wir hier eben die gelbe hin. Und im nächsten eben die grüne. Schön ist keine von denen. Weiß. Ich weiß. Ich weiß. Können wir leider nicht ändern. Wir haben hier leider nichts Schönes. Ah, ja, ja. Stellt euch einfach vor, das ist die neueste Designer-Tapete, die ihr hängt. Und es sollte es ja geben, ne? Tapeten von irgendwelchen Designern. Warum auch jemand sich die Tapete designen sollte. Aber Hauptsache, da ist was an der Wand. Die Wände sind sowieso meistens irgendwie mit Bildern und Schränken und allem vollgestellt, dass man da eh nicht mehr viel von sieht. Aber es machen ja trotzdem einige Designer-Tapeten. Sehr schön. Gut, 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 gut. Sehr schön, sehr schön. Ja, dann hätten wir das nämlich auch. Fußboden haben wir. Genau, dann machen wir gleich den nächsten Raum. Den machen wir dann mit der grünen Tapete. Den passt dann auch. Dann fangen wir erstmal an, bevor wir hier die Möbel machen. um die Terrasse zu bauen. Die muss ja auch. So, dann hätten wir das Zimmer noch. Fangen wir erstmal an mit dem Teppich. Wir haben jetzt den, wir haben den. Dann machen wir jetzt den Schmuddel-Teppich hier. Das ist wirklich ein Schmuddel-Teppich. Aber egal. Rinder, man muss heute das nehmen, was man hat. Ach, gedruckhalten kann man nicht beim Pinsel? Okay. Ich hoffe nur, es wird jetzt nicht gleich zu dunkel hier. Wir kriegen wieder Nacht. Wir müssen von außen noch, aber das machen wir dann, bevor wir außen malen. Dann noch ein paar Stücke, die noch fehlen. Das sind so die Wandendstücke, die noch nicht festlegt sind. Aber das ist ja noch nicht mehr so das Problem. Kriegen wir schon alles hin? Sehr schön. Wir können ja, Leute, keine NPCs oder so hier reinstellen. Was eigentlich schade ist, aber gut. So, gib mir auch mal die Teflung, mein Freund. Danke. Die kommt hier mit drin. Und da machen wir dann diese hässliche, grüne Schmuddel-Tapete rein. Möbelmäßig, wenn wir gucken. Bad haben wir extra. Hier kommen so letztendlich, wir werden wahrscheinlich Vorhänge vor die Fenster machen. Ja, passen an im Hotelzimmer. Aber irgendwie ein Bett mal gucken. Ob wir irgendwie einen Schrank zusammengeschustert kriegen. Da gibt es ja leider auch nichts wirklich Vernünftiges. Und vielleicht noch einen Schreibtisch oder sowas. Mal gucken, das werden wir sehen. Der nehmen wir jetzt erstmal die grüne Schmuddel-Tapete. So viel wäre besser als gar nichts. Und zum Schluss kommt denn die Digge. Ich meine, wir könnten hier zwar ein Schubizdach aufbauen, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Thematisch würde es passen. Aber ob wir das hier so hinkriegen. Weil das Gebäude ja ein bisschen ums Eck geht. Das war eine andere Frage, ne? Ah, gut. Man könnte es probieren, aber so weit sind wir ihn noch nicht. Eins nach dem anderen. Weil das unter die Tapete hier ist mit Abstand die Hesniste. Wirklich mit Abstand die Hesniste. Okay. Was muss das? Das muss. Ähm, 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 ähm. Ah, muss ich jetzt nochmal gucken. Wie? Ich meine, ich war erst mal überlegen, so dünne Platten lang und einfach Pfosten unter. Aber ich glaube, das wäre nicht die beste Idee. Ich glaube, so ein Terrasse ist ja normalerweise zumindest der Boden ein bisschen dicker, damit das nicht zusammenbricht, wenn die Leute da draus sitzen. Mal gucken, wie wir es am besten machen. Wahrscheinlich mit halben Platten mal gucken. Es soll ja keine Treppe hochführen oder so. Das soll ja eine Terrasse von hier oben werden. So. Juh, und hätten wir draußen nämlich auch? Haben wir hier eigentlich die Tür mit? Nein. Die Tür vergessen. So, und hier, gucken wir mal, gucken wir mal. Wir müssen auch hier nochmal, wir fischen nochmal die Rote rein. Ähm, Fußbund erstmal. Wir haben jetzt die Träune. Gut, dann haben wir hier noch den richtig dreckigen Teppich. Ja, aber wolle gerne. Ah, schmieren wir den hier nochmal rein? Oh, ich kann für solche Zimmer kein Mensch verzahlen. Die Leute würden wahrscheinlich noch Geld verlangen, weil sie das aushalten mussten, hier zu schlafen. Oh, gut. Oh, gut. Oh, gut. Wird es passieren, dass die Spiel-App stürzt. Da lassen wir es lieber so. Hier sind wir mal wieder die Rote Schmuddel-Torpede. Und dann gucken wir gleich noch die Läuste rum. So, das wollen wir natürlich nicht vergessen. Dann hätten wir das Milch erstmal. Die Zimmer zumindest. Farbtechnisch wäre das hier erstmal unledigt. Decke machen wir erst, wenn die Decke drin ist. Das wäre sonst ein bisschen... Oh, kann man ja mal versuchen, eine Decke anzumachen, bevor sie gebaut ist. Dürfte etwas schwierig werden. So. Den gucken wir, glaube ich, mal. Wegen der Terrasse. Oder... Nee. Das ist doch Terrasse, wird es ausgesprochen, ne? Wollte er sagen Tarrasse? Nee. Aber das heißt, glaube ich, Terrasse, ne? Was heißt das Tarrasse? Müsste ich eigentlich mal nachgucken. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich glaube, das heißt sogar Tarrasse. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es ist auch kein deutsches Wort. So. Mich würde es nicht wundern, wenn die gute Muddy oder Uschi uns nochmal besucht. Kommt ja gelegentlich mal vor. Hier kommen auch noch Bilder so an die Wand. Dann fällt das auch nicht mehr so auf. So, einmal kurz die Teeflung, bitte. Denke. Kommen hier auch noch Türen rein. Dann sieht man die Übergänge auch nicht mehr. Sehr schön. Da will es zumindest die Farbe schon mal dran. So, Bad hatten wir, glaube ich, auch, ne? Ne? Ja, wir haben die Besenkammer. Wir haben den Flur. Ich glaube, da ist alles soweit jetzt unledigt. Sehr schön. Ja, fehlt eigentlich nur noch die Degge und die Deko halt, ne? Die Deko kommt noch. Flur kommt noch. Fenster kommen noch. Hier müssen wir jetzt echt mal googeln. Ob das überhaupt passt hier. Wegen. Das habe ich mich gar nicht bedacht. Die Dinger sind alle Beton, ne? Ist das Ding eins hoch? Ah, ich glaube, das passt auch nicht, ne? Weil das Ding hier als ganzen Block zählt, ne? Hm. Na, woher denn mal? Erstmal, wir nehmen mal kurz einen halben Block. Erst habe ich gedacht, so was hier. Aber nee, das sieht mir zu seppig aus. Lausteg, nur Platte. Ah, die verbinden sich nicht. Die sind nicht dynamisch, ne? Sonst könnte man das nehmen, aber ich glaube, die sind nicht dynamisch. Ne, 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 ne. Die verbinden sich nicht. Ne, wir werden das wahrscheinlich, aber das Problem... Ich glaube, wir haben da jetzt ein ganz großes Problem. Würfel mittig nicht. Drei Viertel Würfel? Nein, wir brauchen halben Würfel. Genau. Aber, ah. Müsste ich natürlich umdrehen, aber... Verdammt, aber ich will das umhaut und nicht wegreißen. Wenn ich es da drüber setze. Das Problem ist, das muss andersrum. Weil, sonst kann man nicht drauf laufen. Hm, was, guck hin. Hätte man hier so einen Spalt unter. Ich meine, da unter kommt noch ein Block. Ich glaube, da habe ich eins zu viel draußen. Und da unter kann man dann auch nichts mehr setzen, ne. Glaubt, das haut nicht so hin, wie ich das geplant hatte. Ey, lassen wir mal kurz hoch. Das habe ich gar nicht bedacht. Ja, hier ist eins zu hoch. Na ja, ich habe gedacht, jeder so einen Block hin, eine Treppe hoch, und dass man dann da oben durchkommt. Aber... Ich glaube, ich tendiere dazu, die Terrasse hier wegzulassen. Das geht nicht anders. Also, das kann man hier ja zumachen. Und ein Fenster reinmachen oder so. Oder komplett zumachen geht auch. Schade. Schade, schade, ne. Das haut so nicht hin. Na gut, aber kann man hier oben strahlen oder sowas ranmachen, damit es hier ein bisschen beleuchtet ist oder so. Ah ja. Kieh nicht anders. Ah, das müsste ich hier oben durch die ganze Leiste komplett hier wegreißen. Und dann sieht das hier nicht mehr aus, weil die Ecken und so gehören ja auch dazu. Das kann ich nicht machen. Ich müsste hier rein, theoretisch, zubauen. Willst du wohl mal? Danke. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Aber, den sieht es von hier draußen so schellisch aus. Obwohl, aber auch eine Ecke oder so machen. Gut, war eine nette Idee, habe ich Leute da nicht ganz zu Ende gedacht. Okay. Hätte ich mal vorher machen sollen. So, dann malen wir das hier einmal kurz an. Natürlich in den Farben, und dann fällt das gar nicht auf. So. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das so. Man kann ja hier trotzdem so eine Art rüberbauen hier draußen. So eine Art Pavillon oder so. Muss ja nicht irgendwie von Oberbegeber sein. Aber so eine Art Pavillon kann man da trotzdem rüberbauen. Ah, dann wollen wir... Nein, ich wollte nicht das Holz. Ich wollte den da. Habe ich davon hier an? Okay. Auf jeden Fall, ja gut. Und oben mal gucken, wir mal gucken. Vielleicht mache ich das auch so ein bisschen in Holzoptik oder so. Weiß ich noch nicht genau. Ich weiß auch gar nicht, ob das funktionieren würde. Das können wir ja mal ausprobieren, wie so eine Art Pavillon aussehen würde. Dazu brauchen wir jetzt auch immer die Blöcke. Eigentlich bräuchten wir erst mal Forsten. Äh, Forsten haben wir hier. Forsten gibt es ja so einiges. Da kann man auch nichts mehr reinbauen, ne? Der zählt ja auch wieder als Gänzerblock. Das ist das Problem. Aber könnte man was oben raufbauen, ne? Ich bin nur überlegen. Ich meine, das soll jetzt nicht unten hin. Oben so als Endstück? Wird das denn gehen, ne? Ähm, warte mal. Da brauche ich mir aber erstmal nochmal einen Forsten, der an der Ecke sitzt. So ein quasi. Da müsste bloß richtig gedreht werden. Müsste alles ein bisschen höher. Müsste hier denn auch so hin? Jo. Hier denn auch. Und hier noch einmal. Das Ganze müsste bloß etwas höher. Ich glaube, das müsste noch eine höher. Bin mir da nicht so sicher. Ja, und da oben drauf in so eine Ecke. Dann irgendwie eine Plane rüberspannen oder so. Ah, bevor ich hier jetzt irgendwas verstärkere, bauen wir das ganze Gerüst erstmal komplett fertig, um zu gucken, wie es überhaupt aussehen würde. Na, willst du? Und dann, Kischi. Das ist ein kleiner Kraftakt, das da überhaupt raufzukriegen. Aber weht schon, weht schon. So können wir es zumindest wieder entfernen, falls es nicht aussieht. Du gehst da weg. Danke. Ja. Na, ich muss mir gerade überlegen. Nicht, dass es schon zu hoch ist. Kann auch sein, dass hier schon, wo er denn mal die Ecke hin muss. Ähm, und zwar, welche Ecke, wo er das hier ist? Sind die da? Weil ich glaube, wenn ich die Ecke hier schon rauf... Oh, das wäre zu hoch, ne? Ja, ich rück dir ein bisschen da hin. Ja, ja, da wäre besser. Dann wäre es hier das gleiche Phänomen. Üppala. Nein, nicht da hin. Hier hin. Nein. Gut. Naja, ich glaube, das würde gehen. Und mal gucken, ob wir da irgendwie so eine Art Plan darüber gespannt kriegen oder so. Üppala. So. Was so ein bisschen aussieht wie so eine Art Pavillon. Ich meine, das ist etwas, was ich selber jetzt auch noch nie gebaut habe. Ja, aber dann müsste man rein theoretisch hier nochmal so ein Stück zwischenmachen. So mittig. Als Stütze, weil das wäre doch schon ein bisschen weit, ne? Gucken, gucken, gucken. Da brauchen wir jetzt aber so einen Pfosten mittig, ne? So einen Pfosten mittig. Also quasi so einen. Ja. Der müsste dann quasi hier hin. Einmal der hoch. So, und obendrauf den... Ah, da müsste eigentlich so ein Snuffelstück rüber, ne? So ein Stück. Snuffelstück haben wir aber nicht mit sollten, ne? Ah, darüber müsste rein theoretisch... Oh, das passt mit dort denn nicht, ne? Ich meine, ich kann ja keine Pfosten vor die Tür stellen. Aber rein theoretisch müsste doch, damit es einigermaßen realistisch aussieht. Da sind Snuffelstück rauf. Wir haben jetzt überhaupt richtig gedreht. Ja. Damit wir so ein Gestänge... Die Planlinge aus so einer Art Gestänge, ne? Hm, warte mal. Jetzt müssen wir erstmal gut gehen. Wir brauchen auf jeden Fall... Also brauchen wir erstmal den. Der müsste bloß richtig gedreht werden. So müsste der. Oder? Ja. So, der müsste hier dann so langgezogen werden. Zumindest erstmal bis hier. Mal gucken. Hier müssen ja auch welche lang... Problem ist, ich kann hier kein Gestänge runter machen. Dann müssen wir dann mal gucken, wie wir es am besten machen. Sieht gerade ein bisschen aus wie eine Wäscheleine. Aber einsen hat dem anderen... Jetzt brauchen wir erstmal... Ist das der? Ich glaube nicht. Mal gucken. Wir haben schon wieder... Besucher in den Spikes. Wollte ich gerade sagen. Doch, ist der. Ähm, 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 ähm. Dorthin. Boah, hier müsste so ein Art Snuffelstück hin. Ja, ja. Können wir den schon mal hinsetzen. Den einen müssen wir da gleich austauschen. Sehr schön. Ja, ja, ja. Das aussieht wie so eine Art Pavillon. So, warte mal. Den müsste auch mal raus. Wir brauchen aber so ein Art Snuffelstück. Aber diesmal nicht den, den wir vorhin hatten. Also nicht den da, sondern diesmal ein normales Snuffelstück. Schade, dass es den nicht mehr nur Schrägen gibt. Also da rein müsste. So ist falsch. Drehen wir auch richtig, mein Freund. So müsste der, ja. Das ist zumindest so aussehen, weil ich kann hier ja keinen Pfosten vormachen. Ihr postert den. Hier bräuchten wir denn jetzt definitiv nochmal den. Der müsste bloß richtig gedreht werden. Ist er schon? Ja, ja, ja. Der müsste auch nochmal. Genau. Und dann passt das hier nämlich auch zusammen, hoffentlich. Ja. So passt das auch einigermaßen. Sehr schön. Oben drüber. Also hier an den Seiten soll eigentlich offen bleiben. Mal gucken. Vielleicht so eine Art Spalier rein oder so, wenn das aussieht. Müssen wir mal gucken. Aber obendrauf soll das eine Art Plan sein. Müssen wir mal gucken. Was soll da rauf machen? Also ein bisschen nach Pavillon hier aussieht. Ich muss hier noch einmal. Ähm. Die muss auch einmal richtig gedreht werden. Genau. Es ist erstmal so eine Art Zeltgestell, ne? Wie gesagt, ich hätte hier gerne Aussiedsüschrägen drin gehabt. Gibt es ja leider nicht. Aber dann haben wir hier zumindest eine Art. Ja. Pavillon drüber. Das ist doch was. So, den gucken wir auch einmal nach. Ob wir planemäßig irgendwas finden oder so. Also wahrscheinlich nicht bei Deko. Aber wir gucken trotzdem mal. Vorhang. Das passt hier eher weniger, weil der so komisch gebogen ist. Hm. Man könnte natürlich auch sowas eine Art oben rüberlegen. Ich glaube sowas ist sogar in die Chong Tower. Oder Higashi Tower. Eines von beiden war das. Auf der Terrorssee. Müsste ich jetzt eigentlich mal gucken, wie es aussieht. Warte mal. Ich muss jetzt wirklich mal. Ich muss mich da hochbauen. Das nützt alles nichts. Ich kopiere auch mal nur meinen Block. Mein Freund. Bip. 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 So. Mal gucken. Ob das aussehen würde? Ist das nur jetzt mal zum Ausprobieren? Ich weiß auch nicht, ob das so hält. Aber man kann hier alles wieder aussammeln. Ich glaube, das würde sogar noch besser aussehen, als einfach nur eine Plane. Oder durch das Erzwischenbalken dazwischen. Das hat das auch ein bisschen mehr Stabilität. Also ähnlich wie die Gitter in der Hordenbase damals am Anfang, aber halt ein bisschen hübscher. Und dass es diesmal nicht den Zweck hat, Geier abzuhalten, sondern einfach nur Deku. Ah, ob das aber wirklich gut aussieht, ist noch eine andere Frage. So. Sehr schön. Ja, den hat sich erst mal der Terrasse zwar erledigt, aber das hat doch auch was. Gut, gut. Gucken wir uns noch einmal von unten an. Könnte man eigentlich... Ja, gut. Es gibt wahrscheinlich hübschere, aber ich glaube, das ist ein bisschen besser aus, als eine Plane. So eine Art, ja, Überstand. Wie sieht es denn von der Entfernung aus? Ah, geht, ne? Geht. Aber das hätte was. Ein bisschen auch für so ein Carport. Weil ich immer so eine Hote da unterparken. Aber gut. Hier an die Seiten. Klar, könnte man auch machen, aber ich glaube, das wäre zu viel des Guten. Nur mal kurz gucken. Also ich habe gedacht, hier so lang. Aber ich glaube, das wäre zu viel des Guten. Mal kurz hier um die Ecke nochmal gucken. Ne, das an der Seite lassen wir weg. Oben drauf reicht. Voll und ganz. Das war ja jetzt auch nur zum Gucken. Oder was meine Ehe geht, ne? Mal gucken, in welcher Farbe wir es machen. Wahrscheinlich weiß, damit es ein bisschen zum Zaun passt. Gucken. Und dann kann man hier vielleicht... Na ja, Licht könnte hier ein bisschen schwierig werden. Könnte hier in der Tat sehr schwierig werden. Wie wir hier Licht anbringen, weiß ich noch nicht so genau. Aber klingen wir schon nicht. Irgendwie. Irgendwie ist schon klar. Wir kommen ja Tische hin. Wir können ja Licht auf die Tische machen. Kälze rausstellen oder so. Das wird schon irgendwie. Aber im Großen und Ganzen hätte das schon was. Wie wir jetzt oben das machen, weiß ich auch noch nicht genau. Aber so könnte man oben ein bisschen extra machen. Ja. Vielleicht baue ich hier auch noch, weil das ist ja der Hotel-Eingangraum. Hat Bogen rüber. Da müsste ich hier aber auch so einen Zaun machen. Hotel können... Den Bogen... Brunnen, Mann, Mann. Dann könnte man ja mit so einem Hotel zählen. Ja, ja. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So. Die Datschen wir mal wieder aufeinander. Schaufel kommt da mal wieder hin, wo es ihnen gehört. Brauchen wir einmal den. So. Den machen wir jetzt auch mal mit. So, da kommen wir auch an, ne? Wie gesagt, das waren die Innenwände. So fallen auch die versetzten Fenster nicht so auf. Mhm. Ja, ich glaube, das geht. Das geht. So, hier müsste ich noch einmal hoch. Machen wir die Ege hier auch noch einmal? Ein bisschen dichter, ja. Ehm, 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 ehm. Da, Beton ist eh gleich alle. So, aber hier noch was. Juh, zwei Stücke gut. Drei sogar. Machen wir einmal kurz middig. Ja, müsste ich ran kommen. Aber das muss ja auch noch behoben werden. Das ist ja klein. Oh, für ein paar Fehler. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe es letztens irgendwo gelesen. Ich weiß nicht mehr wo. Das war, aber ist ja egal. Irgendwo wurde auf jeden Fall ein Hochhaus gebaut. Und nachdem das Hochhaus fertig war, es hatte, glaube ich, über 50 Stockwerke oder so, haben sie festgestellt, sie haben den Fahrstuhlschacht vergessen beim Bauern. Ja, nachträglich ein fertiges Gebäude in den Fahrstuhlschacht einzubauen, ist natürlich so eine Sache für sich. Aber gut. So, hier, doch, hier ist auch noch. Wie sowas passieren kann, ist man zwar auch ein Rätsel. Ich wollte erst mal überlegen, da war bestimmt der Architekt des Berliner Flughafens zugegangen. Erstens Beton, alle, okay. Aber man weiß es ja nicht so genau, ne? Ah, komme ich da an? Nein. Och, eh es Beton, also daher. Gut, das ist jetzt aber auch nicht ganz so wichtig. Das ist sehr schön. Gut, 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 gut. Wir haben schon vor dem nächsten Level ab. Also ich denke mal, vor der Hochde kriegen wir definitiv noch. Die waren 154, ne? Also in zwei Tagen noch den Level abhin. Eigentlich müsste ich diese Holzdinger bis oben hinziehen. Das haut aber nicht hin. Das machen wir irgendwie anders. Ja, hier fühle ich auch noch. Ja. Ah. So, genau wie die Ecke. Gut, auf jeden Fall. Das kriegen wir schnell. Beton haben wir noch. Ich glaube, wir haben auch noch hier eine Menge der Betonmischung. Das dürfte jetzt nicht mehr so das Problem sein. Den gucken wir mal. Ich bin mal gespannt, wie euch das da gefällt. Ich dachte so als Pavillon drüber. Gibt es ja solche Biergärten. Mal sehen. Dann kümmern wir uns ja noch ein bisschen um den Außen und denken die um die eigentliche Deko. Und beim Dach muss ich mal überlegen, wie ich das genau mache. Wenn, dann müsste es auch wieder so links. Aber mal sehen. Das wählen wir sehen. Gut. Heute sind wir trotzdem erstmal am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Morgen geht es hier selbstverständlich weiter. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.